Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hats of Seth's Tater the Terrier. Was die kleinen Kinder da wohl machen? Du lügst, aber nicht sehr gut. So etwas gibt es gar nicht. Blöde Kuh. Ey, kein Unsinn mehr. Der Unterricht fängt gleich an. Du hast... Das hast du dir nur ausgedacht. Was, Dreckige? Gibt es gar nicht. Waaah? Ich habe einen gesehen. Einen echten Dreck. Egel. In der Y-der-Hülle. Hat dieser Kind Resonanz oder was? Das Dreckige, den du über gesprochen hast, ist ein Hellion, nicht wahr? Ja. Es ist ein sehr problemloser Hellion mit hohen Vigilanz. Es wird schwierig, ihn zu fassen. Ja, dann können wir uns sehen. Wupp. 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 Ja genau, fuck off sagt er. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was sagt er denn nochmal, wenn er das macht. Ich muss jetzt einmal kurz überlegen, ja. Auf der Karte. Okay, rechts ging es nicht lang. Zu der Judäeröhle kommen wir hier lang. Ich würde aber kurz hier an dieser Stelle da mal kurz, da wo der Sauberhalten gerade ist, wir nehmen es jetzt mal auf uns. Und versuchen wir einfach mal das. Und das schießen. Gut, da habe ich schon mal keinen getroffen. Bei den Angriffen, die aufgeladen werden, läuft er auch nicht immer komplett. Das verstehe ich nicht so ganz. Wieso er das nicht tut? Komm her, Dickerchen. So. Ich bin immer ready. Lass es uns tun. Ey, komm. Bitte betolgen, ja. Entskillt es dich. Meine Stimme. Achso, wow, das sind ein paar sehr viele. Die können natürlich richtig assi werden, wenn die alle auf einmal angreifen. Habt ihr ja gerade gesehen? Ja, er ist fast draufgegangen. Das war es. Das ist der Weg. Hör auf, alle. Aber da fährten sie eben nicht viel aus. Ehm, Entskillt, Flamme! Ähm, Entskillt, Flamme! Lordenfeier! Christenflamme! Ich kann es auch keine Altränke mehr verhören. Flammeer! Komm, Schnecki, Schnecki, Schnecki! Komm, Schnecki, Schnecki! Komm, Schnecki, Schnecki, Schnecki! Hehehehehehe. Stutba ist wie stutba ist, sie sagen. Hallo, little house. Lord of Water! This one's stuck. Don't slag on the bits. Aemonfire! Here goes! Kaffst du überhaupt? Vermeule Kripp, now is my chance! Hehehehe. Aemonfire! Binding Vortex! Ich glaube schon. Was ist das mal anders? Sie sind glaube ich... Nee, aber nicht so. Boah, da fälschte ich für zwei Mal so kommen. Ja okay, das war unnötig. Ich geb's dazu. So, hier schweichern wir, weil wir jetzt in den... In den Tigel gehen. Ich glaub, das war der Tigel für Rose. Oh, was ist denn da draußen los? Ich will gucken. Ich bin neugierig. Ach so, nur die Streitmaschine. Oh, oh, oh. So ist sie mit mir da. Edna, du bringst sie in einem Adam. Die meisten haben Immunität gegen dich. Nicht, nicht. Das ist Miss Miela. Krimzen Edge. Fokus. Hallo, kleine Hilfe. Fokus. Ne, also... Den Levelaufstieg, den muss ich jetzt definitiv... ...festhalten. So. Äh... Aha. So. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und nochmal speichern. Wuhu. Ah, ist das nicht schön. Ah. Zack. So. Ab jetzt. Wird wahrscheinlich mehrere draußen... Ah, mit Lila. Ah, okay. Wuhuhuhuhui. Ah, genau, Roses. Let's beginn the purification. May your soul... ...perrst crimson red, blazing it. Hm? Greift mega langsam an. Afraid not. Wo kommt der denn her? Na, wie soll man da was machen? Muss man erst? Angriff Triggergun? Aber von allen. Möglichst. Ah ja, die Musik. Tralalalalalalalalalalalalalalalalala... Fast. Wie soll man da was schaffen, Alter? Ich hasse es. Das ist so schwierig. Oh, kommt schon, kommt schon! Nein. Man, die sind alle fast tot. Genauso wie ich. Boah, scheiße, ich bin auch fast tot. Habe ich überhaupt Teiltränke? Vermutlich nicht. Ne, ich kann mich aber wieder blicken. Jetzt aber! Boom! Gleich hinterher, wo einem nicht rankommt. Die Flamme, meine Flamme! Burn, burn, burn! Behold, die Flamme! Oh, oh, oh! Are you ready? Burn, burn, burn! Burn, burn, burn! Burn, burn, burn! Vermilion Rage! Flames gather! Sooooh! Burn, burn, burn! Das bringt einfach nix. Die greifen alle nicht gleichzeitig an, die Vollidioten. zusammen! Ich bin in einem tiefen Ort. Alter! Bin ich zumindest schneller wie die? Ne, nicht wirklich. Ich schaffe das! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Burn, Kristen! Oh! Ja! 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 Du kannst noch nicht beendet werden! Einer weniger! Mein diviner Platz! Und... Guck mal! Gut! Und wieder einer weniger! Are you ready? Na, der Kudor von denen ist allgemein nicht so gut. Na, super, genau neben mir spawnt einer. Das ist ja sehr schön. Leid, Kudor! Vermilion Rage! Aber die sind zumindest leichter zu bekommen. Burn, right, red! Weil die kommen nicht an mich ran. Aber die heilen sich dafür. Burn, right, red! Burn, flame, schreit dich! Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob das... was bringt. Burn, Kristen, red! Blazing Demons, kommen fort! Burn, strike! Ob ich sterben kann? Das wäre echt ein guter Empfang. Are you ready? Oh, 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 oh. Nee, 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 da ist mir zu heikel. Puh! Da hält er. Burn, right, red! Vermilion Rage! Und gleich nochmal hinterher. Burn, red, red! Burn, Kristen! Und schreit meine Fresse! Are you ready? Aber es sind eigentlich keine schlechten Attacken dabei. Blitzwummer wäre vielleicht etwas... Ja, die Geisteskräfte! Hier, die Geisteskräfte. Die sind unnötig. Die sind unnötig. Ah. Merkt euch das, Geisteskräfte. Die müssen wir wegmachen. Die müssen wir wegmachen. September! Das steht da wohl im Weg. Das blöde ist, es wird hier nach noch nicht vorbei sein. Noch lange nicht. Ich habe den einen auch geträumt. Scheiße. Oh, scheiße. So, gleich werde ich es sehen. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, ohne Heilmittel ist das natürlich richtig schlau, in den Dungeon zu gehen. Aber jetzt habt ihr ihn ja sehen, jetzt kann ich es aus dem Stream machen. Ach, genau. Bevor ich es vergesse. So, Geisteskräfte. Geisteskräfte. Da. Weg mit dir. Was hatte ich denn eigentlich? Ja, die habe ich glaube ich alle gesehen. Aber den Heal habe ich nie gesehen. Nicht einer einzig. Mann. Aber ich finde, da man ja die eigentlich nicht spielt, finde ich das echt praktisch dafür, die Tiger. Die böllern dann die ganzen Fertigkeiten durch. Und dann kann man gucken, ah, 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 nicht davon was, dass das was gut ist oder so. Das finde ich denn echt praktisch. Ich habe echt wenig Betäubung in meinen... In meinen... In meinen... In meinen Sachen. Ich bin da hier schon mal erkundet und dann muss ich hier nochmal rein. Weil dann der Gegner erst danach da war. Das ist aber sehr vorteilhaft. Wie ist das für ein Start? Zack. Er sagt, es ist keiner gestorben. Hohoho. Ich bin in dieser Tag jetzt. Ist ja was so. Und weg mit dir. Ja. Ja. Ich halte sie fest. Ihr macht den Rest. Da hat man nicht vorhandene Damage. Äh. Wie lang glaube ich? Ja, ich glaube da. Du machst hier keinen Angriff. Ich hasse euch, Fischer. Gott sei Dank halten die nicht viel aus. Gott sei Dank. Nein, da wollte ich auch gar nicht hin. Wupp. Ey, ich glaube definitiv richtig. Hallo. Wow. Ey, er hat da mitten ins Gesicht gespawnt. Aber mit meinem Zieg kann mich niemand aufhalten. Wusch. 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 Puh. Aber wir kommen zumindest schnell vor. Oh oh. Nein, nein. Ich brauche schnell Gegner, schnell Gegner, schnell Gegner. Nein. Geil. Ich bin einfach beide weggegangen. Hör auf den Fokus. Lauf auf den Feuer. Fokus. Hör auf, alle. Fokus. Fokus. Hör auf. Cribs und Edge. Hör auf den Fokus. Cribs und Edge. Cribs und Edge. Cribs und Edge. Hör auf den Fokus. Hör auf den Fokus. Ich bin in der Kavac. Ich bin in der Kavac. Ich bin in der Kavac. Hör auf den Fokus. Hör auf den Fokus. Oh. Dann nimm mich. Hör auf den Fokus. Am Arsch. Fynnig. Ich könnte jetzt die Abkürzung nehmen, aber das will ich nicht. Da will ich ja. Du machst hier kein Spin. Scheiße. Sack! Ich hab dich! Das ist die Abkürzung. Jetzt sind wir wieder so langsam. Ich hätte doch einmal mehr fighten sollen. Verdammt. Dass er hier rüberkommt, das ist richtig extrem. Zack! Wir müssen nicht zurückhalten! Wir sind in rotem, in blem, in blem, in grün! Wir sind in grün! Wir sind in grün! Wir sind in grün! Es gibt noch ein Essensiv! Oh, Gott, ich find die mädere Rettung! 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 Gämmere Rettung! Rettung! Der war jetzt immer so in Erinnerungstück. Ah! Controller nach links ist das gleiche wie von Controller nach rechts. Und ich will ja eigentlich den... eine Angriff nicht so oft machen. Hier geht's lang. schweichen wir noch mal weil da kommt ja vermutlich starker geht noch der uns dann einfach weg klatscht speichern bitte sehr danke sehr und wie es weitergeht das sehen wir dann in der nächsten folge wie wir dann diesen typen da wegnudeln bis dahin haut rein